2.17 Seh der Stärke, wir sind gleich da! Hier oben ist es irgendwo... Nein, ich wollte heilen! Ich hab gerade gedacht! Was gibt es denn? Du möchtest einen Pokémon-Kampf? Ja, aber gleich bitte! Ich wollte noch heilen! Nein! Mareike, bitte lass mich noch heilen! Oh, wo ist... Roselia? Roselia! Du hast immer noch keine Roserade! Du hast eine Roselia! Okay! Muss ich nicht verstehen, glaube ich! Ich glaube, ich muss es nicht verstehen! Ich bin aber nicht ganz sicher, aber ich glaube, ich muss es nicht verstehen! Sehr komisch! Ja, aber... Was wird dein zweites Pokémon sein? Was wird das sein? Was wird das sein? Was wird das sein? Natürlich hat er jetzt Egelsamen gemacht! Okay, also von den Attacken her könntest du vielleicht ein Problem werden, aber ich meine, du bist ein Roselia! Roserade würde es vielleicht noch überleben, aber du hättest keine Sekunde aus! Mein Flammenwurf! Ne, das hätte mich bewundert, wenn du das überlebt hättest! Also wirklich! So! Und damit, wir kommen zurück zu einer weiteren Folge! Ich habe mich gerade jetzt spontan dazu entschieden, dass ich hier mittendrin einen Cut mache! Gold King! Gold King, Gold King, Gold King! Haben wir schon mal gesehen, das Gold King? Ich bin mir nicht sicher, aber ist ja eigentlich auch egal, denn es hat nur 10 Sekunden Screensime, 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 Screensime! Level Up! Und das war's! Puh, du bist ein Mensch! Was für eine Erleichterung! Äh, ja, was dachtest du, was ich bin? Ein Monster? Ein Taschenmonster? In dieser Gegend gibt es viele Sagen über allerlei Spuk, vermutlich wegen der Schneemassen! Okay, so, aber jetzt heile ich endlich mal! Ich war vorhin sogar noch in der Tasche drin, habe nach Items geguckt, aber ich kam nicht auf die Idee, mal meine Pokémon zu heilen! Oh, Mann! So, das sollte reichen! Wir sind da! Stärkehufer! Und das war doch schneller, als ich dachte! Zum Sehle der Stärke, da kommen wir nicht lang! Wache zu stehen ist eine sehr wichtige Aufgabe! Wenn ich die Arbeit hier mit Bravour zu Ende bringe, habe ich mir ein Pipi verdient! Cool! Wir stellen dir sicher, dass die Arielleiterin von Blizzard uns nicht in die Quere kommt! Die Arielleiterin von Blizzard sagt dir! Oh, guter Effekt! Niii! Alles klar! Dann sollten wir mal mit der Arielleiterin sprechen! Wahrscheinlich sagt die dann wieder... Gut, erstmal kämpfst du gegen mich, bevor ich dir helfe! Hä? Oh Gott! Hier ist es sehr tief wieder! Aber, was mir jetzt auch aufgefallen ist, das sehr tiefe Schnee ist überhaupt nicht so tief wie in... Oder was heißt nicht so tief? Man kommt hier viel tiefer durch, vom Charaktermodel her, aber im Original war man sehr, sehr viel langsamer in dem ganz tiefen Schnee. Da war man im Original sehr, sehr viel langsamer. Wahrscheinlich habe ich deshalb gesagt, dass diese Rute so lang wäre, nur was im Original so langsam ist. Und hier ist es nicht so langsam. Ich verstehe diese Rute übrigens nicht! Die ist so komisch aufgebaut und designt worden! Ich verstehe es überhaupt nicht! Aber, egal! Oh, warte, jetzt habe ich gehalten! Jetzt war das der letzte Trainer vorhin! Nein, oder? Sag mir nicht, das ist jetzt der Fall! Sag mir nicht, hier ist jetzt die Stadt und ich ja... Doch! Blizzach! Oh, die Musik ist so schön hier! Heimat des Schnees, Blizzach! In diesem eingestallten Ort herrscht immer ein Eiseskälte. Ah, bei der Kampfgeister Trainer ihrer Pokémon glüht wie ein wärmendes Feier. Das geht besonders für die Arenaleiterin. Heines Tages würde ich gerne einen richtig starken Trainer an Bord willkommen heißen dürfen. Du weißt schon, wenn der Trainer, der von der Pokémon-Liga anerkannt wurde. Oha, ich bin nicht stark genug für ihn. Okay. Was machen wir denn hier für coole Sachen? Das ist voll das coole Model. Ich mag die Stadt. Die ist sehr komisch aufgebaut. Einfach so ein X. Hier gibt es was. Hier gibt es hier noch ein bisschen was. Und dann gibt es hier oben was. Und dann gibt es hier oben was. Und dann gibt es hier was. Und hier. Und hier in der Mitte. Und ganz in der Mitte der ganzen Stadt ist einfach in der Arena. Hier gibt es weit und breit nichts. Rein gar nichts. Das macht uns irgendwie einzigartig. Einer meiner Lieblingsstädte, finde ich. Ich meine, ich finde es hat was. Ich mag es aber nicht, wie es so alles so eng ist, weil es so Zacken überall sind und durch jede Gegend. Aber trotzdem, ich mag einfach die Musik und die Atmosphäre. Vor allem hier jetzt im Remake. Wusstest du, dass es in der Gegend von Blizzard viele Eisbummern gibt? Hm. Ob die wohl auch im Tempel leben? Nein. Was? Es gibt hier Eis-Pokémon im Schneegebiet? Sag bloß. Eing-Gong. Äh, hi Anton. Der Schnee verschuckt alle Geräusche. Deshalb ist es so ruhig hier. Echt? Wir werden das wahrscheinlich nicht kämpfen müssen. Deshalb tue ich schon mal Tricky nach vorne. Äh, nach vorne. Der wird alle einheizen. Guten Tag. Ich bringe dir meine Pokémon mit Hilfe von TMS Attacken unterschiedlicher Typen bei. Die Top 4 der Pokémon-Liga sollen nämlich weitaus stärker sein als jeder Arielleiter. Ja? Wird deinem Pokémon eingefroren, so taunt es nach einer Weile von selbst wieder auf. Aber an deiner Stelle würde ich dir noch ein paar Eisheiler mitnehmen. Eisheiler sollte ich mitnehmen? Näh, ich doch nicht. Ey, ich kriege das schon ohnehin. Bestimmt. Oh, hi, wie kuschelnd, okay. Frieda bringt mir alles über Pokémon bei. Sie sagt, dass man zum Beginn erstmal Freundschaft mit ihnen schließen soll. Wir können auch ein bisschen Freundschaft schließen, ne? Kannst du kreisen. Gehst du einfach zum Blizzacht-Tempel? Du weißt schon, dass du da nicht rein darfst. Was? Blizzacht-Tempel? Da darf ich nicht rein? Wer sagt das? Moment, ist dieses Haus nicht eigentlich unten links und das Buch mal seitdem hier oben links? Oder habe ich das verwechselt? Ich dachte eigentlich, das wäre so. Blim, blim, blie. Ja, okay. Was, nicht zufällig ein Militalis, oder? Wenn doch, würdest du es dann vielleicht gegen meine Apollo tauschen? Leider habe ich keins, aber da kann man wohl nichts machen. Schaut einfach wieder vorbei, wenn es dir anders verblickt hast, ja? Ich spoiler mal ein bisschen. Mit dem wollte ich noch reden. Äh, ja. Aber jetzt habe ich euch gewarnt. Sorry, dass ich euch gespoilert habe. Ich bin richtig vernarrt, meine Freundin. Sie hat einen tollen Sinn für Humor. Oh, er sagt das sogar. Er spoilert das sogar selber. Ah, Gott. Tollen Sinn für Humor. Na ja. Gibt es hier irgendwas? Ein Item oder so? Oh Gott, der ist so tief. Ja, hier gibt es einen Tübertrank. Ganz hinten versteckt. Ah, dieses Auto ist einfach perfekt für die Witterung hier. Wenn ich dich so sehe, wird es mir selbst mir warm. Dafür bekommst du auch was von mir. Okay, ich weiß nicht, was für ein Outfit man hier tragen muss, damit es das gibt, aber danke. Hi. Hallo, du da. Sag mal aus, du bist für dich ein hippes Wort parat, oder? Illumination. Elektroball. Strahlend. Leuchtend. Illumination. Hey, hast du gerade meine Gedanken gelesen? Was? Okay. Elektroball. Hey! Warte, ist das egal, was ich sage? Oder sagt er bei irgendeinem was anderes? Nein, ich dachte, ich kann nach oben drücken, damit es wieder ganz nach unten geht. Okay, das ist unnötig. Ja, das ist okay. Egal. Will, Will, Peaks! Wickel es mal, Old Man. Hallo. Darf ich da rein? Nur Auserwählte dürfen den Tempel von Blizzard beitreten. Es tut mir leid, aber du musst wieder gehen. Okay. Zäulich. Du bist gemein, lass mich da nicht durch. Egal, ich gehe jetzt in die Arena. Pokémon-Arena von Blizzard. Arena darin, Frieda. Das Diamantstaubmädchen. Aha. Und bei dieser Arena gibt es was sehr Lustiges. Ihr seht schon, es ist die aus Diamantenperl und nicht die aus Platin. Die aus Platin ist viel anders und besser vor allem. Ganz anders, mein ich. Holy, zukünftiger Champ. Sag mal, siehst du die dicken Schneebälle, die hier und da auf dem Boden liegen? Du musst mit Karacho über das Eis klettern, um sie aus dem Weg zu rollen. Die Arenaleiterin setzt sich übrigens Eis-Pokémon ein. Ihre Angriffe bringst du am besten mit heißen Feuerattacken zum Schmelzen. Und denk immer daran, in dieser Arena kommt es auf die Konzentration an. Also konzentriere dich. Aha. Ah, Paddy war hier schon. Weil, ja, war ja klar eigentlich. So, ich möchte euch mal einen kleinen Gitsch zeigen hier in dieser Arena. Deshalb speichere ich euch gerade ab. Ähm, wir gehen mal hier. Durch. Und vermisst. Wir kommen gerade so nicht durch. Oh, ups. Wenn ich doch nur schräg gehen könnte und auf die Leiter kommen könnte von ihr. Wenn man immer wieder das hier macht, was ich gerade mache, kommt man irgendwann auf die Leiter rauf. Das habe ich so wieder falsch gemacht. Man darf halt nicht zu weit nach rechts drinnen oder nach links drinnen, weil sonst, äh, ja, gehst du nämlich geradeaus in die Richtung. Ich blende es einfach mal ein. Ich kriege es gerade selber nicht hin, aber man kann da schräg hoch. Ich weiß nicht, ob sie es gepatcht haben oder so, aber das ging auf jeden Fall. Und das ist komplett dumm, weil in, äh, Platin gab es eine ganz andere Map und da hätte es nicht funktioniert. Weil man kann hier einfach schräg gehen. Warum machen wir das nicht aus, dass man auf dieser Arena nicht schräg gehen kann? Das ist so dumm. Aber egal. Jetzt machen wir die Arena richtig. Und zwar müssen wir diese ganzen Schneeball hier wegschaffen. Und wie machen wir das am besten? So. Kleine Ahnung übrigens, man kann hier in der Mitte gesoftlockt werden. Und ich weiß nicht mehr ganz genau, wie das geht, aber am besten hier speichern, wo ich gerade bin. Niemals da unten, falls da unten nur ein Landen könnt, speichern. Da gibt es nämlich irgendwo ein Softlock. Also passt bitte auf. So, ich möchte aber trotzdem gegen jeden kämpfen. Auch wenn man es nicht braucht. Es ist so kalt. Ich kann meine Zunge noch beführen. Ja, ihr seht schon, ich habe mich richtig angezogen für die Arena. Sonst wäre ich angefroren wie der Typ hier. Ja, Lach. Ja, der lache ich aus. Boah, ja, wenn du so Wasser gucken hast, also ich weiß nicht. Aber, tricky wird alles hier alleine hinkriegen können. Einfach alle einheizen. Dann gibt es nur Kälte, Kälte und noch mehr Kälte. Sleevel kann es uns beweisen. Das Typ Eis-Pokémon. Sieht zwar nicht, vielleicht nicht ganz wirklich aus wie ein Eis-Pokémon, aber es ist es auf jeden Fall. Mein Deutsch ist auch auf jeden Fall vorhanden, auch wenn man es, äh, auch wenn man denken könnte, es wäre nicht vorhanden. Alter, schon level 49. Ich habe die Arena nicht wirklich gemacht. Ich bin immer Platin-Spieler gewesen. Wie bist du das? Da kann man auch nicht hoch. Aber das Ziel ist es, den da, glaube ich, kaputt zu machen. Ähm, ja, jetzt bin ich so ein bisschen stuck, ne? Also, ich mag die Arena überhaupt nicht. Vor allem nicht hier. Vor allem nicht hier. In Diamant und Perl. Die Feinde in der Arena halten dir ordentlich ein, was? Wenn du während des Kampfes keinen kühlen Kopf bewahrst, wirst du verloren. Bist du verloren. Kleiner Funfact. Es gab noch viele weitere Glitches in diesem Spiel. Da gibt es eigentlich immer noch. Viele davon wurden schon rausgepatcht, manche davon gibt es noch. Hättet ihr vielleicht Bock, dass ich mal so ein Video mache über alle Glitches, die ich dieses Spiel mache? Hatte oder hat? Ich muss immer so darüber gehen, wie die alle funktionieren und was für Vorteile die hatten. Weil ich hätte da voll Bock, über Glitches zu reden, in so einem Video. Darüber, aber darauf hätte ich eigentlich schon mal Bock. So, aber jetzt gerade. Ähm, muss ich überlegen, wie diese Arena funktioniert. Ich habe die, ich habe komplett vergessen, was die Lösung ist. Ich habe die Arena noch kaum gemacht in meinem Leben. Ich habe immer die bessere Arena gemacht, den Platin. Die hatte auch sowas ähnliches wie hier, aber es war besser. Ich weiß auf jeden Fall, dass es besser war. Ich kann mich aber auch nicht genau, hundertprozentig daran erinnern, wie es genau war. Aber es war besser. Ja. Ich weiß übrigens, dass es einen, ähm, Rom-Hack gibt, für Diamant- und Perl-Remax, also das, was wir gerade spielen, für strahlende Diamant- und leuchtende Perle. Wo das ganze Spiel einfach so aufgebaut ist wie Platin. Das ist auch richtig cool. Ich würde es gerne spielen, aber, naja, Switch-Rom-Hacks sind ein bisschen schwierig, so. Und ich müsste meine Switch hacken und da habe ich keinen Bock zu. Das ist mir zu risky. Aber wenn irgendwann in zehn Jahren die Switch-Simulatoren richtig funktionieren, würde ich es auf jeden Fall mal ausprobieren. Darauf hätte ich voll Bock. Oh, nice. Das weicht aus. Nur von euch. Toll. Ich habe irgendwie das Gefühl, die Starter haben einen viel höheren Liebeswert als alle anderen, äh, Bummern. Auch wenn die anderen auch schon hohen haben, aber irgendwie über den Starter und wie viel, viel mehr gefühlt. Naja, wieder Tiki rein. Ich hoffe, wir schaffen noch heute die Erinnerneterin durch. Frieda, die war da oben. Und ich kann euch jetzt schon sagen, sie sieht überhaupt nicht aus, als hätte sie Eisburg geworden. Sie sieht einfach aus wie eine ganz normale, wie ein ganz normales Mädchen sieht ihr aus. Sonst hat einfach eine krasse, vollentwickelte Eisburg, falls mich nicht mehr erinnere. Oh ja. Und was zahlt, ehrlich? Oh man. Ah, ne, das trifft mich doch nicht. Nicht, wenn ich meine Pokémon lieben, dann trifft das auf gar keinen Fall. Und ich sollte mich vielleicht nicht immer die Rechner-Attacken benutzen. Weil die AP brauche ich doch. Und ich habe keine Lust, die Arena zu verlassen. Wenn ich das mache, respawn alle Schneebälle wieder. Und da habe ich keine Lust. Ich muss so oder so irgendwie noch diese Arena herausfinden, wie die ganzen Rätseln so funktionieren. Und das noch mal von vorne zu machen. Nee, Kampung. Du bist überraschend cool geblieben, während ich echt ins Witzen gekommen bin. Haha. Deine Pokémon sind Feuer und Flamme für den Kampf. Das gefällt mir. Ja, deine Pokémon, ähm, ne? Habe ich gegen den schon gekämpft? Nee. Wir haben die ganze Zeit in den Schneestürmen von Blizzard gekämpft. Jetzt wirst du sehen, wie sehr uns das abgehärtet hat. Naja. Ich habe das gleiche getan. Dennis. Welches Pokémon hast du denn? Entwickel es doch zumindest. Wissi, wissi. Damit dein Baum zu einem großen Monster wird. Fark mich nicht, wie Bäume zu Monstern werden, wenn sie älter werden. Keine Ahnung. Irgendwie groß warst du? Hagel-Alarm. Oh, oh, no. Alles ist einfach sehr effektiv. Ich bin einfach der exakte Counter gegen Schneebedeck. Bam. Ja, aber Schneebedeck ist ein richtig cooles Pokémon, auch die Weiterentwicklung. Aber es leidet halt darunter, dass es unter den Typen Eispflanze hat. Eispflanze. Das ist so ein riesiger Nachteil, diesen Typen zu haben. Wie bist du nur so stark? Wie bist du nur so dumm und hast einen einzelnen Pokémon bei dir, hm? Du hast schon fast überall gekämpft. Vielleicht bist du deswegen so stark. Ja, ich denke auch. Du, 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 du. Du, 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 du. Äh, ja, ich habe keine Ahnung, wie die Arena funktioniert. Vielleicht hier, so? Das hat auf jeden Fall geholfen. Äh, oh. Hm. Diese Arena ist komisch, keine Ahnung. Verstehe die noch nicht so ganz. Noch noch nicht so ganz. Vielleicht kriege ich die Mitte durch und ich bin direkt da. Ne, so einfach weiter ist nicht. Ist es weiter nicht, meine ich. Hm. Geht, da kommt man nicht durch. Da ist noch eine Trainerin. Wie kommt man denn überhaupt zu der? Die muss ja auch wichtig sein, oder? Moment, Moment, Moment. Was ist, wenn ich so mache? Mann, ich habe nicht genug Schwung. Oh, Mann. Jetzt habe ich hier Probleme bei dieser Arena. Man hat es schon wieder gesehen, wie ich so schräg durchgegangen bin. Hm, nein, lasst uns kämpfen. Na, fühlt sich schlapp? Also, einem guten Trainer macht die körperliche Verfassung keinen Strich durch die Rechnung. Aber vielleicht muss man hier lang, um die Schneebühle wegzumachen. Das könnte sein. Das könnte gut sein. Und ich meine, dass sie ist die letzte Trainerin von allen. Ich glaube, dann habe ich die ganzen Trainer hier durch. Ich weiß, das gab es schon alles auf den 3DS, aber irgendwie, weiß ich nicht. Ich finde es trotzdem irgendwie ein bisschen lustig. Ein bisschen. Tentoxa. Oh, der hätte ich rauswischen sollen. Oh, warum soll ich den B? Warum soll ich den B? Oh, der hat mich so sehr knuddelt mit seinen Tentakeln. Ich bin der. Fuß geht bar, wer bist du? Säurepanzer. Was? Nö, wollte gar nicht fliehen. Ich wollte gar nicht fliehen. Nee, das macht keinen Sinn. Ich bin ein Nachteil. Sehr krass sogar. Jentara hat sowieso gerade ein neues Level, aber reicht. Dann geh du doch rein. Ich hoffe wirklich sehr, dass Frieda Puckmann vom Level 40 hat. Weil ich fühle mich immer noch ein bisschen overleveled. Nicht mal so krass wie vor mehreren Folgen, aber immer noch ein wenig. Du brauchst es aber ab. Du hast keine Chance. Sorry, dass er manchmal meinen Stuhl hat. Das ist ein bisschen quietschig. Ich bin der Kling. Los. Warum mache ich so wenig Damage? Ach man. Ja, Eistrahl. Ach, come on. Ja, come on. Als ob ich wissen könnte, dass Tentoxa Eistrahl kann. Warum kann das Eistrahl? Hä? Wieso könnte Tentoxa Eistrahl? Was? Nee, ich setze noch einen Beleber ein, ganz ehrlich. Ich renne nicht noch mal nach draußen. Ich will nicht das Puzzle hier noch mal neu machen. Vor allem, weil ich es nicht so ganz verstehe. Ich meine, es wäre wahrscheinlich klüger und würde In-Game Geld sparen, aber egal. Egal. Ich eile einfach mal mit meinem Beleber. Ich habe sowieso vorhin irgendwo in der Höhle einen gefunden. Also, den benutze ich einfach. Genau. Ein guter Trainer ist krass. Keine Ahnung, jetzt gibt es. Sorry. Wenn ihr die Fälle des Trainers mit den Gefühlen seiner Pokémon 1 werden, verliert er niemals. Cool. So. Verwende einen Beleber. Verwende Tränke. Einmal auf Tchuki. Ä-Ä-Ä-Ä. Und auf Cheltara. Gute Sache. Ja. Das war schon mal sehr hilfreich. Aber noch nicht perfekt. Nee. Habe ich auf der rechten Seite bestimmt noch irgendwas verpasst, oder? Hier. Hm. Habe ich mir was verpasst, oder nicht? Tsch. Und der nächste. Tsch. Und die beiden kriege ich nicht mehr. Keine Ahnung, wie ich die beiden bekomme. Oder den. Okay, ich muss alle in der Mitte, glaube ich, kaputt machen. Ich glaube, das ist mein Ziel. Dafür muss ich aber einfach die perfekte Position finden. Und das ist schwierig. Ich muss mich hier überall umschauen. Wahrscheinlich auf der rechten Seite noch ein bisschen was, oder? Ja. Sieht so aus. Ähm. Aber so kriege ich da nicht. So komme ich da nicht hin. Jetzt bin ich hier. Aha. Ja, wollte ich aber nicht unbedingt hin. Ich verschwende gerade die Folge, dadurch, dass ich dieses Rätsel nicht hinkriege. Oh. Hi. Habe ich hier irgendwas übersehen? Von hier aus vielleicht? Das hilft doch überhaupt nicht. Hä? Von hier? Oh, knapp. Nein, Mann, das ist richtig. Zack. Ja. Das war schon richtig. Und jetzt von hier. Oh, die will noch kämpfen. Nein. Ich befasse mich erst seit kurzem mit Pokémon. Meine Freunde haben mir durch Tränen zu diesem steilen Aufstieg verhalten. Nein, meine Zeit. Sie will noch kämpfen. Nein. Nicole. Wie kannst du damit bekämpfen wollen? Äh. Wie, wie, wie. Jetzt wird es knapp mit dem Rätsel der Kampf. Vielleicht wird die Folge ein bisschen länger. Kann gut sein. Weil ich will den jetzt wirklich noch machen. Ich will den jetzt wirklich noch machen. Ich will jetzt unbedingt noch meinen, ähm, meinen, meinen siebten Orden haben. Und hey, da steht bitte bei Level 39. Das ist das Wacht. Gibt mir hoffen, dass die Friede a Level 40er Pokémon hat. Wenn eine Herausforderung wird. Ich kann nicht glauben, wie stark du bist. Das sagt irgendwie jeder zu mir. Auch, äh, die Frauen. Egal. Ähm, mit guten Freunden an deiner Seite sind wir kaum Grenzen gesetzt. Bam! Wie man hier sehen kann. Keine Grenzen. Wie kriege ich den denn jetzt weg? Da hast du mir jetzt immer noch ein Mysterium. Vielleicht auch von der linken Seite. Von rechts gibt es ja gar nichts aus dem Angang. Ja, geht von überall nichts. Oder Moment. Eine Idee habe ich. Einfach so. Zack. Nee, das. Nee, 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 nee. Das ist der Letzte. Wenn ich den weg habe, dann komme ich zu Frieda. Zack. Wo komme ich da hin? Hilft das? Nee, da bin ich hier. Nee. Wie nach unten? Nein. Nein, das hilft nicht. Ich hoffe, ich übersehe gerade nichts. Aber ich sehe gerade keine Art und Weise. Moment. Nevermind. Alles gut. Ich habe es gemacht. Ich habe es geschafft. Und jetzt. Egal wie lange es wird. Wir machen jetzt auch den Kampf gegen die Arenaleiterin. Frieda. Hi. Ich mache es noch kurz. Let's go. Du möchtest mich also herausfordern. Wie? Nichts lieber als das. Ich weiß schon lange auf einen starken Trainer wie dich. Doch ich muss dich warnen. Ich bin stark. Denn ich weiß mich zu konzentrieren. Pokémon. Mode. Romanzen. Alles eine Frage der Konzentration. Ich zeige dir am besten, was ich damit meine. Mach dich bereit zu verlieren. Aber ganz ehrlich, die sieht doch aus wie ein ganz normales Mädchen. Die sieht doch nicht aus wie eine Eistrainerin, oder? Aber hey, sie hat Mumm. Und ein Schneebedeck. Nicht mal entwickelt. Dieser Kampf wird einfacher als man glauben mag. Ich bin fertig mit dir, bevor ich überhaupt Schneebedeckt aussprechen kann. So schnell wirst du platt gemacht. Das erste Punkt ist schon mal weg. Und es hat nur Level 38. Oh, ein Trainer geht also Level 39. Also, das ist schlecht ein bisschen. Nicht mal ein Level-Up einfach. Pff. War schon traurig. Aber hey, ist Hageltier bei ihr. Warum auch immer. Wahrscheinlich damit der Kampf ein bisschen interessanter bleibt. Nicht mal ein Sneebuna. Ach, come on. Du machst es mir wirklich zu einfach. Was? Blauenwetzer? Denkst du wirklich, du hast Zeit, um dich zu pushen? Du denkst wirklich, du überlebst diesen Angriff jetzt? Glaubst du das wirklich? Wenn du das wirklich glaubst... Was? Was was denn wäre? Okay, keine Ahnung. Aber wenn du es wirklich glaubst, ist es wirklich dumm. Die Rostbebeere hat denen nichts gemacht. Nö. Nein, 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 gar nichts. Bodyslam. Aber sowas von. Vor allem mit deinem Körper. Trifft das Ziel mit vollem Körper einsatz und paralysiert ist. Eventuell. Ich mach' Ankleberei weg. Ich muss mal gucken. Vielleicht ändere ich noch die Attacken von Schnurrgas. Höchstwahrscheinlich. Aber jetzt erst mal für die Schnelle. Ich will den Part jetzt beenden. Komm, du kannst sowieso nix. Meditales? Okay, ein Kampfpokémon. Nicht mal Eis. Es ist nur Kampf. Aber egal. Okay, dann hast du das halt. Mir egal. Flammenwurf muss sowieso weg. Schau. Ich brauch' nicht mal meine Verwirrungsattacke, um dich kleid zu fliegen. Oh, oh, hey, Level 40. Immerhin. Immerhin Level 40. Aber ich hab' mehr erwartet von der Frieda. Ich hab' wirklich viel mehr erwartet. Oh, 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 Rex Blizzard. Die weiße Wege von Klebedeck. Ich werde das Eis brechen und meinen Notfall-Pokémon einsetzen. Oh, no. Verbrenn' so schnell! Das Monster aus dem Eis. Oh, das war wohl nicht. Das war der Kampf. Okay, das war wirklich einer der einfachsten Kämpfe überhaupt, oder? Von der Renata dann her. Frieda, du warst enttäuschend. Das war ein erstaunlich guter Kampf. Ich bewundere dich sogar ein klein wenig. Ich wünsche, ich könnte das Gleiche zu dir sagen. Wow, bist du stark. Damit hast du dir meinen Respekt redlich verdient. Mit deiner beeindruckenden Konzentration und Willenstärke hast du uns total überrollt. Oh, ich es vergesse. Ich muss dir noch das hier geben. Easy, den siebten Orden. Du, 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 Fjörnorden von Frieda. Ja, gut. Mit dem Fjörnorden kannst du nur neben deinem Pocket die Feuerwatt-Attacke Kraxler einsetzen. Oh, und nehm auch da, dass sie noch. Bastika und ne TM. 72. Irgendeine Eis-Attacke wird das sein. Es ist die Attacke Lawine. Nimmt der Anwender Schaden, verdoppelt sich die Stacke dieser Attacke. Stell dir nur mal vor, wie viel Konzentration man dafür braucht. So Leute, und wenn es euch gefallen hat, freue ich mich auf das nächste Mal von Pokémon Leuchtende Perle. Wir gehen dann zum Stärkeufer und gucken, wie es dann weitergeht. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020